Erz TV nimmt sie mit auf eine 100-Hunderunde. Die 43. Station ist in Annaberg-Buchholz. Dort begrüßt natürlich auch das Besucherbergwerk Dorothea Stollen die Ankommenden mit einem Hund im Eingangsbereich. Seinen Gästen verspricht das Besucherbergwerk Dorothea Stollen himmlisch her auf der Dorotheenstraße erlebnisreiche Führungen zu Fuß oder mit dem Boot unter fachkundiger Begleitung. Dabei gibt es mittelalterliche Stollen und Gänge, farbenprächtige Mineralien und Aussinterungen sowie Bergmannsgeräte zu entdecken.